hallo und herzlich willkommen meine lieben zurück zum let's play von gta 5 in der story ja wir haben in der letzten folge hier ein bisschen miss gebaut und haben dem falschen unrecht getan und wir haben jetzt richtig 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 ärger an der backe ja wir müssen hier kohle besorgen für einen reichen gangster boss so wie mir scheint und ja wir sind jetzt hier mit dem michael unterwegs und gucken mal wo es hier unseren nächsten job gibt weil wir müssen echt an viel geld kommen wir haben eine villa zerstört in einer höhe ich glaube 1,5 millionen und wir müssen die in der folge ja schon mal ein haupt na was heißt ein hauptteil ein bisschen das geld ist beschaffen um uns hier nicht köpfen zu lassen von dem weil das gerade entweder du baust uns das haus wieder auf oder dir wird richtig richtig ärger geben unterschreibt doch schon michael meine kohle wo bleibt die ja und es ist dieser martin madresso oder wie er heißt von dem haben wir das haus ja leider zerstört weil wir gedacht haben da ist der tennis lehrer der mit unserer frau sich da vergnügt hat das ist sein haus und wir haben das leider zerstört wir haben das einfach geguckt aber guckt euch einfach am nächsten in der letzten folge an jetzt hier willkommen zum nächsten episode hier bei gta 5 schön dass ihr dabei seid ja gucken wir fahren warum zu dem l ich glaube das ist der lässt also wie hier in der letzten folge richtig mitgekriegt habe und da wartet schon der nächste job auf uns wir waren hat noch schön am strand hier haben ein bisschen gechillt jetzt auf dem weg zum läster uns den job abholen ja bisschen durch las los santos cruisen hier mit unserem audi verschnitt sehr sehr schön so jetzt immer die straße hochheizen noch gar keine polizei heute gesehen sind wir dann auch da aber wir müssen glaube ich hier rüber weil das ja wenn es da knapp gewesen fast den fußgänger waren hier läuft man nicht immer so über die straße da guckt man links und rechts meine lieben meine lieben meine lieben jawohl so hier noch vorbei wir schaffen nein zweimal gerammt da habe ich mir aufgepasst habe ich nicht konzentriert so ein bisschen konzentration hier versuchen jetzt noch kratzerfrei fehlerfrei zum läster zu finden ja lässt da gibt uns hier einen job wie schon erwähnt er ist so wie ich aus dem letzten dialog von michael und franklin raushören konnte ein freund von michael aus früheren zeiten also der weiß irgendwie ziemlich viel und kann gute jobs verschaffen und sind wir mal gespannt was der uns hier für einen job verschafft also michael ist definitiv kein kind der traurigkeit und keine mann der langen worte was sie was nicht warm sofort ins gesicht und ja möchte ich nicht begegnen hier der michael auf der straße ziemlich ja der aufgänger hat doch schon viel viel gemacht denn der vergangenheit also banküberfälle und 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 also wirklich mit drogen zu tun gehabt hat man ja in der allerersten folge von uns gesehen wo arbeitern sicher hat auf der couch sitzt und einfach mal alles rauslässt und sagt er erst angepisst von seinem sohn und macht nur blödsinn der sohn und ja jetzt wir haben im lester gucken wir mal schön schild wie wer auf dem dog jawohl ok tür ist offen gehen wir mal rein und da ist auch schon niemand freundschaftsanfrage meiner lieben heißt die mission hier freundschaftsanfrage da gibt es bestimmt hier irgendwas mit social media wenn man bestimmt was zu tun haben also er sieht hier ziemlich nach freak mäßig aus er immer hinten am hintergrund actionfiguren mehrere pc ist hier wahrscheinlich so wie es aussieht karten schaltkreise irgendwas illuminati im hintergrund sehe ich poster also ein früherer freund von unserem bank raub in north yankton wurde es auch immer wahr haben wieder mit ihm zusammengearbeitet er wird nicht verraten wir haben ihn auch nicht verraten sehr gut also können wir ihm vertrauen ist ein freund von uns jetzt gibt es halt hier einen kleinen job so mit früherer college kollege von dem letzter hier und der ist total leifersüchtig so wie es sich anhört auf diesen jenen und ja wir müssen uns jetzt irgendwie wahrscheinlich den ausfindig machen wahrscheinlich sagen hey lass finger von irgendwas oder irgendwem keine ahnung bei dem michael ist er dafür bekannt dass er hier ein hau drauf typ ist okay bisschen genervt ist unser letzter der jute ja letzter schön beruhigen asthma spray nehmen immer schön beruhigen ok wieso im suburban laden sollen wir fahren und umziehen weil wir in eine webdesigner firma müssen und dafür sind wir einfach hoch sehen wir einfach zu alt aus also müssen ein paar neue klamotten zu legen bin ich mal gespannt wo wir hin müssen die markierung haben wir schon auf dem bildschirm hier fahren wir mal geschmucht gegen den wagen ich wollte sagen das move rückwärts warum das move rückwärts raus hier aus der straße oder schon ein paar tölchen abbekommen macht aber nix um uns einfach ein neunerwein brauchen so man jemanden drehung schön und geben mal gummi so von wenn du bist noch mal herum ein bisschen heizen ja wohl schön wir sind an der hauen e gehen wenn du hauen die lübe lübe lübten ja wie schnell vorbei zack 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 hier raus gut und fliegt ein schönes flugzeug am hüll sieht sehr leid aus hier lasst mich mal durch ich muss doch mal lang fangen wir hier rum tschuldigung hat nicht aufgepasst beim fahren nein wenn ich so gut vorne ist auch schon auf der karte doch aber auf der anderen straßenseite also gucken wir das mal gleich mal wenden schon die handbremse ziehen hier und schön langrutschen so da drüben ist er schon habe ich gerade gesehen auf der karte war nicht so pricklend aber egal und hier ist er hier sagen wir hin ok alles klar gut hier mal ein geladen und ziehen uns mal um reingehen habe ich gesagt komm auf geht's und entschuldigung entschuldigung bitte hallo ich möchte was am ziehen bisschen steilischer ein die clock brauchen wir und die alte wir haben denkt ja mein job verloren und ja was für sich was ihr denkt bisschen lustig die alte simons mom und so muss man hier ein schönes investieren aus west und cargo shorts ist unser augenmerk gut gucken mal ne schwarz real will killett nicht nee nee ja ich glaube hier kommt es sieht ganz cool aus mehr um das und hier noch eine cargo shorts aber wir haben schon schon an hoher ok alles klar dann raus jawohl bitte du siehst ein bisschen merkwürdig aus michael passt nicht so zu dir aber was soll es alles für den job und geben mal vollgas zu diesem vorstellungsgespräch darauf lässt auch schon an es gibt mal gas wir müssen zu live entweder zu der firma soll was manipulieren man das hier überall die autos rumstehen müssen gibt es doch nicht platz machen hier muss dadurch so genau ich suche nicht mehr doch aber sehr leise gut hier wäre es doch schon kommen da haben wir auch mal so ein paar kann packen wir mal schön hier ein so sauber eingepackt gut stellen aus und begeben uns hier mal zum hintereingang live in vader meine freunde live in vader so schönes flüppchen er auch hier kommt auch schon einer diese mitarbeiter von dort sehr gut verschafft uns bestimmt zutritt zum gebäude könnte ich mir jetzt vorstellen an freunden oder wir knüppeln nieder und klauen und sein ausweis wäre natürlich auch gut machen ich dachte schon ist aufgeflogen ja wir sind drinnen sehr gut yoga zone tech stop sweet load live tomorrow so cool spielautomaten ich will spielen kann man spiel spielen 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 inter der coin ich habe keinen kochen gibt mir ein kochen ich will spielen hallo ich bin viel zu schnell in weder kaffee hier gibt es einen kaffee kommen wir jetzt auch nicht schlecht du hier schön kürzchen trinken ah ja sie sind ein paar viren drauf okay wenn man immer alle schnell zu ihr zack 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 jawohl und noch einer kommt und jawohl okay starte das adb programm machen wir das kennen hopp wie rabe entfernen jawohl der ist wieder gereinigt hier sehr gut was sie dann ist in track jetzt haben wir ihnen das ist gerät was wir manipulieren sollen gut dann werden wir uns mal hinbegeben gucke mal was das da zu manipulieren ist also wir müssen hier ein smartphone manipulieren sehr schön so wir haben es getan raus vergisst den rucksack nicht michael den rucksack nimm den rucksack mit da liegt der rucksack nimm mit jetzt wir fliegen auf wenn du den rucksack nicht mitnimmst hallo nimm hin oh ne jetzt lässt er den rucksack da liegen man ist so blöd naja wird schon schief gehen so jetzt schnell raus hier irgendwie kann er nicht rennen ne kann er leider nicht ich will spielen noch kann ich noch spielen ha geiler dem vollen rucksack abgezogen saugeil so raus jetzt komm 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 bisschen schneller michael ein bisschen schneller bisschen hier raus gell da sind wir gekommen ja ist ein paar in der küche okay so aus wie unsere tochter ja genau die sind wir richtig yoga zone invader zone von hier sind wir gekommen meine lieben schnell raus jetzt verdrücken hier wenn das ding hoch geht wenn da irgendeine pressekonferenz hält will ich nicht ihrer näher sein ich schaue die eröffnungsräder in michael's hause an alles klar dann fahren wir jetzt mal schnell zu michael's haus und gucken uns hier mal die eröffnungsräder an von dem janeauers jetzt ruft leicester wieder an wir bestimmt wissen wie es gelaufen ist okay wir haben es richtig gemacht so schnell zum haus fahren damit wir die eröffnung nicht verpassen wir wollen ja sehen was du dumm kommt was mit dem prototyp passiert wo wir was von der luft jagen gehört um in die luft gehen okay gucken wir mal so sind wir klar bei michael's haus schnell noch in die einfahrt fahren hier machst du aufkommen pass ich durch jawohl so schnell aussteigen die garage wollen wir nicht kommen wir rein ok jetzt gucken wir uns hier die invader vorstellung an da sitzt unsere tochter hallo ein fetter fernseher geile sache na keine chance gegen papa mädchen jetzt ist er dann noch in seinen g-klamotten geil ein kanal wir wollen einen anderen kanal da ist er jawohl gefunden sehr gut müssen wir anrufen wir müssen bloß warten bis er sein telefon hat und dann rufen wir ihn an und dann macht's boom tschüss jay norris war schön mit dir aber letzter kann dich nicht leiden und wenn letzter dich nicht leiden kann ist ein kumpel von mir kann ich dich auch nicht leiden also bam ok dauert noch ein bisschen handy raus holt ein bisschen schneller gehen hier aber bei ihm schön wenn es auswischen können stimmt so farbbombe oder was er sich lächerlich macht bei der preisverleihung wir sind ziemlich heiß alle auf das auf dem prototypen die zukunft na aller ich will anrufen ruf ihn an so wo ist er äh da jay norris da man und auf geht's komm oh gott ja ja das war mal jay norris kopf weg gepustet na aller ok meine lieben den job haben wir bestanden die freundschaftsanfrage sehr gut erweitert hier 50 prozent ok mission seit 14 zu lange brauchen keine pop-ups ok alles klar wir haben uns doch zu lange das fenster zu schließen schade ok alles klar ja wenn es euch gefallen hat meine lieben würde ich mich über einen daumen sehr freuen und über ein paar kommentare abonniert meinen kanal würde mich sehr freuen und wir sehen uns in der nächsten folge das war schwer das war schwer du wachst die news ich muss nicht ich stehe in den marken ich stehe in den marken ich stehe in pure alpha bis zum Schluss ok hey über die andere du wachst du wachst oh ja ja absolut wir tun wir tun wir tun wir tun auf der ls freie oh und ich werde dir e-mail dir ein link für die exchange du kannst in ok jetzt haben wir gerade noch im letzter gesprochen vielen dank fürs zuschauen schön dass ihr dabei wart hat mich gefreut lasst einen daumen nach unten auf ein Video gesagt wenn es euch gefallen hat abonniert meinen kanal macht's gut auf wiedersehen bis zum nächsten mal